Hallöchen, hier lieben Felchlisa Explorer. Ja, ich begrüße euch schon direkt außer Atem. So, wir sind, wie ihr seht, in Polen. Und zwar sind wir heute ein bisschen wandern, gar nicht weit weg von Bielskobjawa. Und ja, wir sind jetzt auf Stratzonka. Das ist quasi ein Ortsteil hier, der direkt an die Berge anschließt. Und wir gehen auf den Berg Magurka. Genau, wir hatten jetzt ein bisschen Pech mit dem Bus, weil der hat uns jetzt eine Haltestelle vorher ausgeschmissen, als er eigentlich in die Berge reinfährt. Alle anderen Busse wären weitergegangen, nur den, den wir genommen haben. Der hat leider die kurze Strecke genommen. Ja, jetzt haben wir mal einen Pfad gefunden und ich weiß nicht, ob ich den jemals gelaufen bin. Kann sein, ich bin hier früher oft langgewandert als Kind, aber eigentlich fast nie im Winter. Immer nur im Sommer. Genau, wir nehmen uns den Pfad. Eine Stunde 30. Magurka ist ungefähr 909 Meter über dem Meeresspiegel. Da oben gibt es auch eine Hütte, wo wir was essen und trinken können. Und dann steigen wir später ab. Ich schaue mal, wie die Kamera mitmacht, die GoPro. Weil das ist natürlich kalt, sonst wird kein Schnee liegen. Und der Akku macht immer Faxen, wenn es kalt ist. Und der geht immer schnell aus und sagt Akku leer, obwohl noch über 30 Prozent sind. Oder sie geht gar nicht an. Liegt einfach an der Kälte. Egal, ich hoffe, ich kann trotzdem ein paar schöne Wintereindrücke, ein paar Aufnahmen für euch machen. Wahrscheinlich werde ich gar nicht viel quatschen, weil das hier sehr steil ist, wie ihr hört. Aber vielleicht kann ich euch ein paar Winterimpressionen einfangen. Und genau, genießt das Video und viel Spaß. Musik Musik Was macht der Kevin wieder Schönes? Neue Freunde. Oh, ein Freund. Schön und fein hier. Fein. Der Herr ist aber ganz schön zugeschneit. Ja, das schneit ja auch richtig. Und da hinten geht es dann jetzt ein Stück an der Straße weiter. Da hinten ist dann ein Parkplatz. Und da gehen irgendwo dann die Wanderwege weiter. Vielleicht sogar da gerade hoch. Das sieht ganz gut aus. Da. Ja, die Sicht ist heute sehr eingeschränkt. Da hinten, da sind alles eigentlich Berge. Aber man kann es mit einem bloßen Auge nur erahnen. Und ihr seht, glaube ich, noch weniger. Aber das ist auch alles Wolken verhangen. Man sieht richtig so die Wolkenschwaden. Und dadurch, dass es ja richtig krass schneit. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, dass es schneit. Aber ich glaube schon. Zumindest hier, wo es so braun ist, da sieht man, glaube ich, die Schneeflocken. Ja, sieht man natürlich noch weniger. Aber es ist wirklich herrliches Winterwetter. So, hier ist jetzt der Kollege Schneemann fertig. Denn wir wollen langsam weiter. Hat es aber noch keine Augen? Aber ja. Na ja, die Augen kann es ja noch schnell machen. Das macht der nächste Wanderer. Ach so, okay. Na dann. So, ich hoffe, ich werde mir ja schon nicht den Tod holen. Ich ziehe mich jetzt aus. Das ist so unheimlich warm. Das kann keiner glauben. Aber wenn man die ganze Zeit bergauf hoch, äh, ich kann nicht mehr reden, bergauf läuft. Und ja, ich weiß nicht, ich schrecke mal Kreislauf. Mir ist sowas von warm. Ich habe ja mehrere Schichten. Und der Fritzepullover, der ist einfach nur geil warm. Und ich bin einfach schon nass geschwitzt. Aber ich kann nicht mehr, ey. Also, bevor der Kreislauf ganz abkackt, ziehe ich lieber eine Schicht aus. Und ich kann die ja später zur Not wieder anziehen. So, weiter geht's. Und jetzt sehen wir, wie der Kevin sich auszieht. Nachdem ihr gesehen habt, wie ich mich ausgezogen habe. Das möchte niemand sehen. Doch, es gab gerade was für die Herren. Jetzt gibt es was für die Damen. Oh, da ist ein Hirsch erschienen im Wald. Auf deinem T-Shirt. Ui. Oh ja. Ist die Jacke etwas nass von innen da? Die Jacke ist doch ein bisschen nass geschwitzt. Ich glaube, man sieht's. Das Schweißhornmuster. Ja, meine ist auch so. Ja, hier oben bei der Arne, ja. Ja, und die ist eigentlich dünn. Und da hinten ist unser Weg. Weiter geht's. Ich glaube, wir gehen da noch jetzt. So liebe Leute, wir sind schon fast oben. Ich bin gespannt, ob ihr irgendwas offen habt, weil irgendwie ist hier total tote Hose. Hier übrigens, meine Haare, die sind gefroren. Die Strähnen hier, die sind einfach total fest und gefroren. Hier ist der Bart gefroren. Mein Kevin ist der Bart gefroren. Wo ist der Kevin? Da ist der Kevin. Obwohl es trotzdem mega warm ist durch das Laufen. Wir sind ja schon kurzärmlich unterwegs. Da waren gerade schon Leute, die waren richtig angezogen. Ja, aber wenn man hoch läuft, also weiß ich nicht, geht bei mir so der Kreislauf hoch, dass ich immer Hitze habe. Beim Runterlaufen gleich werde ich über die Jacke dankbar sein, denke ich mal. Aber so müssen wir jetzt hier lang oder da lang. Warte mal, da oben ist auch noch ein Schild, das zugeschneit ist. Nicht, dass das hier nämlich gar nicht das ist. Aber da kann man nichts dran legen. Kommst du da dran, das Freiräumen? Nein, das ist auch so. So eine Bier-Dingshütte, Bier-Kaffehütte oder was? Aber ich höre da hinten Menschen. Egal, wir gucken kurz hier, oder? Ja. Wir gucken kurz hier und wenn es hier nichts gibt, gehen wir dann da hin. Ich kann auch gleich auf Komoot gucken grob. Komoot müsste das auch eingezeichnet haben. Ich habe halt keine Route auf Komoot gemacht, weil ich hier fast nie Internet habe. Und der zeichnet quasi einfach auf, wo wir lang gehen. Das reicht hier. Ich glaube, leben hier mittlerweile Menschen. Ja, die kommen auch von da oben. Können auch hier hoch. Aber hier ist ja Pivo und so 40 Meter oder so. Aber leben hier wirklich Menschen? Ist einfach alles bebaut hier oben. Ich kann mich hier nicht mehr dran erinnern, dass das hier so zugebaut war. So ein paar Gebäude. Ja, aber nicht so viel. So ihr Lieben. Hinter mir seht ihr das Berghüttenhäuschen. Wir haben da jetzt Pause drin gemacht. Ein bisschen was Leckeres gegessen und getrunken. Laut Komoot sind wir jetzt 3,4 Kilometer hierhin gelaufen. Was total wenig klingt irgendwie. Aber wir hatten auch irgendwie 3,3 kmh Laufgeschwindigkeit. Aber hier geht es halt wirklich steil hoch. Also immer viel Zeit einplanen. Genau. Ja, wir laufen jetzt den gleichen Weg wieder runter, wie wir quasi gekommen sind. Wir wollen uns ja wieder zurück zu unserer Bushaltestelle. Und genießen noch ein bisschen das Winterwunderland. Und genießen uns. Wow, das war ein schneller Rutscher. Aber ich habe ihn nicht hingelegt, aber runter geht so viel leichter als hoch, also man muss aufpassen nicht hinzufliegen, definitiv, aber es ist halt nicht so anstrengend und ja, geht irgendwie viel schneller gefühlt, gefühlt sind wir gleich schon unten. Ui, ich werde es noch auf Kamera haben, wenn ich es weiter filme, statt mich zu konzentrieren. Jetzt habe ich leider die Kamera nicht angehabt. Ich bin heute nicht hingefallen, aber Kevin ist gerade hingefallen. Und zwar, du bist jetzt rüber getrampelt, jetzt sieht man das nicht mehr so richtig. Das sah richtig lustig aus. Jetzt sah es schon alles abgeklopft von hinten. Aber das sah richtig lustig aus. Jetzt habe ich ja mal gesehen, wie es immer aussieht, wenn ich unterfalle, das war sehr lustig. Ich habe noch ganz oft den Lauf hier, aber schon weich gelandet. Ja, ja, das sah gar nicht weh. Dann ist ja gut. Ich könnte mich nochmal hinlegen. Kommt es vielleicht gleich noch, oder ich lege mich noch hin, jetzt lache ich. Hinter mir ist die Stelle, wo wir vorhin kurz gefilmt haben. Habe ich hier eigentlich gequatscht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man vorhin noch die Berge gegenüber gesehen, jetzt sieht man gar nichts mehr. Weil es einfach alles in der Wolke drin ist. Alles voller Nebel. Und es schneit immer noch die ganze Zeit. Und unterbrochen. Ich bin dann gleich richtig gespannt, ob es in der Stadt dann auch Schnee gibt oder nicht. Weil vorhin gab es halt kein Schnee. Also es hat ja geschneid, aber es ist ja nicht liegen geblieben. Und jetzt, ja, das Schneider wird auch unterbrochen. Es ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr schön. Übrigens, was ich noch sagen wollte. Meinst du, ich laufen und labern? Dann liege ich ja gleich wieder auf dem Boden. Ja. Das meine ich. Es war gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Genau, wir werden ja dann wahrscheinlich so an die sieben Kilometer gemacht haben. Weil wir den gleichen Weg wieder zurücklaufen, wie wir gekommen sind. Aber leider kann man auch im Winter hier nicht wirklich länger wandern. Weil es hier halt sauschnell dunkel wird. Um vier geht irgendwie die Sonne unter. Halb fünf ist es meistens schon stockduster. Und da wir frühs nicht früh aus dem Bett kommen. Weil wir ja hier Urlaub machen. Und auch ein bisschen die Puppen zocken. Würfelspiele zocken und saufen. Dann ist es immer so eine Sache mit dem Aufstehen. Was morgens meistens so. Eigentlich will ich lieber schlafen als aufstehen. Aber ich will ja auch den Tag nutzen. Und deswegen steht man meistens ein bisschen später auf. Genau. Ja. So. Genau. Wir laufen weiter. Ja. Ich lasse die Kamera ein bisschen laufen. Vielleicht fällt der Kevin gleich noch mal hin. Wer weiß. Und sonst sehen wir uns alle spätestens unten bei der Bushaltestelle. So ihr Lieben. Ja. Das war das kleine aber feine Wandervideo von Strazonka nach Magurka. Ich zeige euch am Ende noch die Komutroute. Ihr könnt ihr übrigens auch gerne auf Komut folgen. Da könnt ihr euch die dann quasi auch runterladen. Falls ihr... Was denn? Die labere. Ja Kevin macht wieder Faxen und sagt ich labere wieder. Ne. Also auf Komut folgen. Genau. Da könnt ihr mir folgen. Falls ihr warum auch immer hier sein solltet. Per Zufall oder so. Oder gezielt hier hin fahrt. In die Gegend. Man kann auf jeden Fall super super gut wandern. Und es gibt viele Wanderwege. Ja. Das Wetter war heute also schon schön. Aber ich konnte euch leider keine Aussichten zeigen oder so. Weil es natürlich durch den Dauerschnee auch neblig ist. Und überall Wolken sind. Das heißt man konnte überhaupt nicht weit gucken. Normalerweise wenn man hier bei schönem Wetter lang läuft. Dann hätte ich euch heute noch richtig viele Bergpanoramen. Bergpanoramas. Mehrere Bergpanoramas. Keine Ahnung was die Mehrzahl davon ist. Ja. Die Kamera spinnt deswegen. Folgt mir auf Komut. Folgt mir auf Instagram. Wenn ihr Bock habt. Und wir sagen dann formal. Tschüss. 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 Tschüss.